Ich habe hier die beiden Aufstiegstrainer, denn heute ist Gewissheit, SV Pfeffer Werk ist auch aufgestiegen, weil Siemensstadt das Spiel verloren hat und sie selber das Spiel gegen Südwest auch gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg, was sagst du? Na Südwest hat eine gute Saison gespielt. Heute hatten wir die Nase vorn. Wir haben von Anfang an stark gespielt, so wie wir es uns vorgenommen haben. Lief alles ziemlich nach Plan. Wir sind sehr zufrieden und freuen uns über den Aufstieg. Bei Südwest lief es ja heute nicht so rund. Ihr seid ja auch nur mit elf Spielern gekommen und dann hat sich sogar einer verletzt. Was sagst du zum Spiel? Ja, der eine war ja Torwart, mein erster Torwart. Der hat heute draußen gespielt. Nustig, weil er Fußball spielen kann, draußen. Zwei haben gestern abgesagt. Knie, Fuß. Wir wollten das Spiel heute auch gewinnen. Also die Jungs wollten ja ohne Niederlage aufsteigen. Aber wir haben trotzdem eine tolle Saison gespielt. Hat Spaß gemacht, obwohl wir mit 14 Jungs gestartet in dieser Saison. Bis jetzt haben wir Glück gehabt, hat gut geklappt. Gut, heute hat der Pfefferwerk verdient, gewonnen, muss man ja ehrlich sagen. Danke, was macht Pfefferwerk heute noch? Ich glaube, wir feiern jetzt noch ordentlich. Ja? Also herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke. Tschüss. Schönen Dank. Danke. Tschüss. schon. Ja. Bis zum nächsten Mal.